Bernd Stromberg hat uns als Mitarbeiter der Kapitolversicherung in der gleichnamigen Serie die Lachtränen ins Gesicht getrieben und wird genau für diese Paraderolle mit Auszeichnungen überschüttet. Nun ist Christoph Maria Herbst in einem neuen Format zu sehen, denn der Comedian wird seine Fans in der dritten Staffel von LOL Last One Laughing beim Training der Lachmuskeln unterstützen. Zur Premiere des beliebten Comedy-Formates von Michael Bulli-Herbig ist der 56-Jährige jedoch nicht alleine zum Red Carpet gekommen. An seiner Seite sehen wir seine große Liebe Gysi Herbst. Das Paar ist seit 2012 liiert und scheint seit 10 Jahren Partnerschaft verliebt wie am ersten Tag zu sein. So präsentieren sich die Herbst im Filmpalast in Berlin Arm in Arm und mit ihrem schönsten Accessoire einem verliebten Grinsen im Gesicht. Was ein lässiges Du die beiden doch sind. Sie im roten Ringelpullover und er mit cooler grüner Cargo-Jacke. Dieses Promi-Pärchen braucht weder Glanz noch Gloria, um das neueste Projekt des Schauspielers zu feiern. Wie sympathisch! Wie sympathisch! Wie sympathisch! Wie sympathisch! Wie sympathisch! Wie sympathisch! Vielen Dank.